Ich werde mit ihr über die Sünde und Verdammnis diskutieren und sie bekehren. Was? Na? Wer also ein Weib nimmt, der tut gut. Wer aber keines nimmt, der tut besser. Du musst in der Klosterschule sehr fleißig gewesen sein. Und jetzt? Nein. Oh Madonna, ihr seid so schön. Ja? War ja ein bisschen nett zu mir. Ich habe ihm meine Träume noch nicht zu Ende erzählt, lieber Meister. Nun lass doch mal sehen. So ein klein und so ein zierliches Öhr. Komm nur, wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Und zier dich nicht. Deine Lippe, wir sind getrieffend und ruhigst. Ist es denn schon Zeit für unsere Busenbeetstunde? Habe ich einen Klumpfuß? Habe ich einen Bockschwanz? Der Mensch! Hallo! Jetzt will ich es mal versuchen. Komm Amador! Komm Amador! Komm! Komm! Das war's für heute.